Hi zusammen, ich bin Dominik und ich bin Sarah und heute launchen wir ganz exklusiv unsere wunderschöne Kollektion zusammen mit Ocean's Apart. Jeder von euch weiß, dass ich bunte Farben liebe und wenn wir unsere Kollektion beschreiben müssten, dann sprechen wir von Lebensfreude, gute Laune und Sommer. Ich sag euch, es ist gar nicht so einfach, sich für ein Set zu entscheiden, aber wenn wir es müssten, dann wären das definitiv unsere Favoriten. Ganz viel Spaß mit unserer Kollektion. Wir freuen uns schon riesig, euch da drin zu sehen.